Einen wunderschönen Motivation Friday wünsche ich euch und ja, heute ist ein cooler Tag und ja, das Jahr neigt sich ja auch dem Ende. Also es ist ja auch schon die herbstlich-winterliche Jahreszeit, ihr seht, mit Schal und dicken Mantel und allem drum und dran. Aber vielleicht hat der ein oder andere sogar auch schon Ideen, was ihr so im nächsten Jahr alles machen wollt. Vorsätze! Und da komme ich genau zum Thema. Ich habe es schon auf meinen anderen sozialen Medien geteilt und zwar am 28.12. von 18 bis 21 Uhr gibt es dazu in der Motsi Mabuse Tanzschule, in der Taunus Tanzschule in Eschborn, da leite ich einen 3-Stunden-Workshop zu diesen Themen. Motivation, Power, Vorsätze endlich mal umsetzen, um Ziele zu erreichen, um 2019 richtig zu rocken und durchzustarten. Darum geht es. Hier unten in der Videobeschreibung ist der Link, da könnt ihr einfach draufklicken und ich freue mich, genau eure Gesichter wiederzusehen, wo wir am Workshop-Tag richtig durchrocken. Also macht's gut ihr Lieben, tschüss!